Moin oder Willkommen zu einer neuen Aufnahme von mir auf meinem Kanal, heute mal mit Yannick. Ja und wir nehmen heute mal Badfoss auf. Wir wollten mal so eine Frühjahr vs. Heute machen und wir wollen heute mal ganz wie früher spielen mit dem 80er VOV, mit dem 80er VOV. Naja, er kann gut fast spielen. Aber ich hab früher schon hochgebaut, gell? Hast du hochgebaut? Ja, aber nur ganz langsam und nicht so ein Foto machen. Oh, weil er ist richtig scheiße mit dem Evo-Hier. Also mal, wie ist es heute? Ich war auch früher ein richtiger Goldplayer, ich musste alles für mich haben. Ich hab immer alles eingesammelt. Das hab ich mir immer früher so ne Truhe gemacht. Und es kommt jetzt auch, am 18.00 Uhr kommt ein Release von TTT. Hey Dennis wir kommen hier abgeblich noch Wappacken Cut, äh Kratz, äh Kratz. Wir sollen mal beschneiden das zusammen und sagen, du hast jetzt so viel und sagst, du sagst, du kannst jetzt ja, ich weiß, es ist die Faktor, denn das gleiche weiter geht hier wieder. Machen nicht. Mache ich. So Leute sind wir auch schon wieder. Ich hatte musste kurz cutten. Ähm genau. Da geht es schon weiter. Und ich wollte, äh da machen wir. Heute kommt ja das neue TTT raus und da wollten wir TTT aufnehmen, das seht ihr wahrscheinlich direkt in der Folge hier drin. Das kommt halt erst um 18 Uhr, aber ich kann das ja schon zusammenschneiden. Genau, Janniks Kanal ist auch genau, ich war gerade runtergefallen, es war richtig, ja mit dem 80 Euro wieder kannst du echt mal mitspielen, ne? Da machst du dann irgendwo ein bisschen Spaß, weil das ist ja so hat man früher gespielt. Na ja, Alter, du weißt, wie ich früher gebaut hab? Am Anfang wusste ich nicht, ungelogen, dass man es liefen muss. Ja, ich wusste dann auch nicht, ich hab mich immer gefragt, ich hab mich so gebaut, ich hab mich immer ohne Sneak, da hab ich so, da stand ich so an, da bin ich so gelaufen, hab halt immer, so, so hab ich gebaut, bis ich irgendwann mal ein paar YouTuber geguckt hab, dass man halt sneaken muss. Na, du AC oder ja doch. AC am Start. Biss dich, Alter. Ich geh jetzt einfach mal bei irgendeinem Thema mal gucken, was da so abgeht hier. Ja, wir müssen. Virus, du Drecksau. Du Drecksau. Boah, ich hab geschafft, was ich geschafft. Du gib mir bitte ein paar Blöcken hin. Aber ich hab so geboten. Eigentlich hab ich komplett Specs, aber... Es ist richtig schwer, wenn ich das P-P-A-L-Ein. Ja. Boah, das achts hier. Du was? War nicht runtergeflogen? Ich geh jetzt einfach bei der Team da rein und guck mal, ob da... Oh, die haben mich gesehen. Aber Jungs, glaub mir, ich hab ähm... Ich hab kein Hobby. Oh mein Gott. Also man muss nur mit Specs spielen, wenn man sagt, man spielt nicht Specs. Oh, ist echt so... Einfach mal von! Ja, easy. Elf kommt rein. Oh, ne, der geht nicht. Oh mein Gott, wenn ich sowas schon wieder seh, dann bekomm ich wieder zu viel. Weil ich halt kein Bed-Up gebaut hab. Obwohl, ich bin so... Scheiße. Ha, was ein Lappen, Mann! Was ein Lappen! Easy. Lappen. Warte mal. Äh, Appen, Mann. Lappen. Chatbahn. Ich hab ein bisschen Eisen. Nein, nein, nein. Ich hab kein Eisen am Start. Oh, ist gut. Oh, f***. Ich krieg's uns anbrechen, wieder mal. Ja. Ah, 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 ah. Wie du Eisen ist jetzt? Ja. Wir müssen auch mehr auf Gold gehen, ne? Wir haben ja früher auf Gold gespielt, ja. Ich hab früher... Obwohl früher hab ich eigentlich doch Eisen hab ich auch. Ich hab halt immer was wertvoller ist als Bronze, hab ich immer genommen. Und früher gab es bei mir noch gar kein... Was? Dann ist... Kannst du irgendwie helfen kommen, oder so? Post Blocke. Nein, ich hab genug, aber... Essen hast du Essen dabei vielleicht? Nö. Ähm... Würdest du hier runterkommen, dann kann ich dir Goldschel helfen und dann... Warte, ich geh selber was hin. Oh. Komm, wir gehen hoch und holen wir Eisen. Ich bin so lowcard, ne? Der da ist, unserer Spanner, der da ist von... Der da ist von, äh... Cool, der hat da unten dann noch ne Rettungspattform gesetzt. Ja. Aber so übel spät vor allem. Ja, und dann ist er... Dann ist er an Fallschaden gestorben. Alter, ich hab so eine Klappe zu holen. So, als erstes, wann du dir grippen? Wie das früher halt so war. Weißt du, was? Ach, du hast das ganze Gold gezogen? Ich hab ein Gold da. Gib mir das genau vor, das brauch ich sogar. Wenn er mich streifelt, jetzt hab ich einen Pfeil. Ey, der Pfeil geht nicht. Wohl, früher hat man das so reingezogen in den Veltanen. Da hat man... Ja, kann ich... Kann ich beim, äh... Wunderbar so mit, aber wobei ich keine, äh, noch nicht aus dem Klappe zu holen. Drei war. Ah, das gleich wurde gerade... Oh, bitte werde ich jetzt da angerufen, ey. Dann bekomm ich wieder zu viel. Ich hab keine Hobbys, deswegen hab ich mir 17... Äh, 17. Richtig low, ey. So, erst mal Points gekauft. Immer schön langsam kaufen, wie das früher halt... Oh, da kommt Rot. Geh mal, äh, Bed Unbound. Bed Unbound, Endbound? Ah, ja, gut. Äh, ich... Pass auf, ich baue hinten den Eingang. Ah, der ist so... Okay, gut. Ey, Virus Infekted. Ey, der soll in der Base... Da kommt so was schon wieder hier. Da kommen zwei Gelbe und die sind... Die sind fully equipped. Die sind fully equipped. Die können hier rüberspringen, glaub ich, ja. Die können unser Bett zu holen. Hab einen, oh mein Gott, hab einen. Dein Ernst? Ja. Ja. Bist auch mit dem 80er Eingang. Ja. Und man muss auch sagen dazu... Eigentlich hab ich früher... Damals gab es bei mir noch kein Bed-Force, wo ich mit Minecraft angefangen hab. Da gab es nur Rush, da gab es nur Rush, glaub ich weiß, ob du das kennst. Nee, ich hab jetzt noch so angefangen. Achso. Ja, ich hatte... Ich hab dann jetzt schon vier Jahre. Deswegen damals gab... Doch, ich hab das schon vier Jahre. Trotzdem bist du so lappig. Ja, ich hab halt die ersten zwei Jahre hab ich fast nur Single-Player. Mathe ist so einfach, die Hausaufgabe. Ja. Ja, die hab ich, äh, schon gemacht. So. Äh, da ist Gelb. Gelb hat noch Bett. Dann müssen wir dahin erstmal noch gehen. Ich geh mit Virus dahin. Wie kann man sich Virus nennen? Die kommen nicht wieder. Die sind ja eben, da sind ja... Einer ist schon mal AFK, der ist schon mal sehr nice. So verplant. Der bekommt direkt mal ein Chaos Maul. Hi, mein Freund. Da kommt erst mal die Kombo des Todes. Ich bin verplant. Kalalala. So, easy. Ja, versucht mich zu suiciden, ey. Richtig traurig. Triple kill. Ja, wieder jetzt steht... Quatruple. Quatruple, keine Ahnung. Das heißt... Das heißt auch Führerkill, ne? Quat, ja. Quat, ja. Warte mal. Komm, 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 komm. Oh fuck. Ja, wir haben einen Bogen. Ja, wir haben einen Bogen. Ich schick mir da ein Texture Pack, wo der sagt, ja, Gadi. Hm, so geil. Mein Paar. Gadi. Komm, wenn du zwei Kits miteinander machst. Okay, komm. Also ich muss sagen, in der Runde hier spiele ich mal ausnahmsweise gut. Ich muss sagen, also was zum Schluss mit dir. Komm, 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 komm. Hat den Bogen. Komm, 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 komm. Was, der kommt, der will uns zu sein. Dann war ich mal hier noch. Oh. Komm mal ein bisschen breit. Früher, wir müssen noch eine Base bauen, weil ich habe früher immer Base gebaut. Ja, lass dich schon noch. Ja, lass dich schon noch bauen. Ja, komm, wir bauen uns. Genau. Wie? So habe ich auch gebaut. Ich habe immer seitlich gebaut. Ja. Wir gehen hinter Eingang, okay. Aber ich kann nicht so bauen. Ich kann nicht so bauen. Schau. 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 Virus kommt durch. Virus kommt durch. Baby, schnellpassen. Easy. It's pretty sad. Justine. And I'm waiting for you.